Diese Spezialfolge Switched at Birth wird ein einzigartiges Erlebnis. Es kommt deutlich mehr Gebärdensprache vor als sonst, weil diese Folge aus der Perspektive der Gehörlosen gedreht wurde. In jeder Szene gibt es eine gehörlose Figur. Und wenn die Dialoge beginnen, ist man quasi mitten in ihrer Welt. Man sieht den Umgang mit der Gebärdensprache und wie schwer es manchmal sein kann, Lippen zu lesen. Die Herausforderungen, mit denen sie umgehen müssen. Sie kämpfen um diese wirklich große Sache und alle kommen zusammen. Und es gibt so viele Gebärden. Es hat wirklich großen Spaß gemacht.